Moin Leute, herzlich willkommen zu den neuen Folgen von Tormoil, inklusive dem DLC The Heat is on. Unser guter Freund, äh, Bauer Willi, ah ne Anthony, wenn du die Schatzsammlung für mich vervollständigst, zeigst du den Weg zur ölreichen Bonusinsel. Ja, das ist auf jeden Fall immer noch eines unserer Ziele, aber wir werden direkt am Anfang jetzt mal die Ölumwandlung kaufen. Dadurch kann man scheinbar Öl in Gas umwandeln. Ob das so geil ist? Ich weiß es nicht, aber ich kaufe es trotzdem. Oh, was ist das denn? Erhöhe die Geschwindigkeit mit der, äh, ja, ich lasse das erstmal, weil 30.000 ist eine Menge und ich hätte ja ganz gerne ein paar Aktien. Und die Dinger sind auch, äh, 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 was wollte ich sagen? Achso, die Dinger sind auch teuer. So Saurier-Schädel. Naja, wir kaufen jetzt ein Stück Land. Und dann werden wir mal gucken. Puh, boah, das war ein 70er. Drei, ja, dann bleib, ich gehe nach hier oben. Ne, 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 das ist meins. Das ist meins. Ich bleib da. Ne, Leute. Ohne Witz. Äh, äh, pfui. Na? Seid mal, das könnt ihr euch doch alle gar nicht leisten. Sag mal. 15.000. Ey, wenn du jetzt nochmal. Alter. Okay, wir haben gerade 15.000 nur für das Grundstück gelatzt. Äh, das muss jetzt erstmal eingespielt werden. Wandel Mineralöl in Gas. Verbinde Magma mit Ölvorkomm. Öffne die Leitung und sieh das Wunder geschehen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das genau aussieht. Ah, und ich war so doof. Ah, ich war nicht, äh, in se, ne. Ey, sorry, mein Kopf ist heute echt ein bisschen afkar. Ich war nicht im Saloon, weil es unfassbar warm ist. Und ich habe auch echt schlecht geschlafen. Muss ich sagen, ich kann bei Hitze auch nicht gut schlafen. Jawohl. Da gehen wir direkt ran. Kleines Pferdchen. Ist mal ganz schnell da drüben verkauft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mit dem Öl und dem Gas machen soll. Das Ding ist, erstmal müssen wir eh Gas finden. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich werde mal, glaube ich, hier gleich in die Mitte eins stellen. Zack. So. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Das wird praktisch ein bisschen gezwungen sein. Okay. Ich lasse mal. Ja, doch, 71 geht noch. So, und dann gehen wir nach da drüben. Ja, Preise erholen sich. Das ist geil. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz schaue ich mal hier. Oh ja, da ist auch noch ein Digger. Oh, da sind sogar zwei. Naja, der meinte sogar das Kleine. Oh, was ist das denn hier? Hallo. Da schaue ich doch mal hier lieber vorbei. Wo die Preise so lecker sind. Nichtsdestotrotz müssen jetzt nochmal meine Leute raus. Und natürlich ein paar Maulwürfel. Damit wir mit ein bisschen Glück auch Gas finden. Ah, jetzt gehen hier gerade die Preise ein bisschen runter. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Öl. Da sehe ich Lava. Hier können wir auch einmal hin. Also wir könnten das gleich mal austesten. Oh, es war, oh Gott. Okay, wir müssen das Silo. Bam. Aufrüsten. Rein damit. Also die Preise. Gut, da gehen sie gerade ein bisschen hoch. Da verkaufe ich doch wieder. Aber alter Schwede, war das gerade traurig. Oh, was ist das? Alter, was ist das? Ich glaube, hier ist schon wieder eine richtig fette Party. Was Öl angeht. Oh ja, auch da. Zack. Ah, Mist. Durch Felsen bohren. Ja, dann gehe ich direkt nach hier unten. So, Jungs. Oh, guck mal, wir haben ja beide hier noch was. Jungs. Ah, hier oben ist was. Dann ist zumindest der Erste weg. Was jetzt der Zweite da noch sieht, kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Ist ja irgendwo noch was Kleines. Ah, hier ist noch einer. Ich will das mal, ich verbinde das jetzt mal. Ich schließe das. Und jetzt müsste noch die Lava. Wird das jetzt. Ah, tatsächlich. Guck mal, da wird es umgewandelt in Gas. Oh, wir verkaufen auf der falschen Seile. Ja, toll. Aber wenn ich das hier öffne. Ja, ist das so geil. Jetzt habe ich da, ich habe da jetzt ordentlich Gas drin. Ich müsste jetzt allerdings, kann ich das jetzt hier anschließen? Warte mal, fließt durch. Und hier auch öffnen. Ja, genau. Dann müsste der Preis... Ja, ist jetzt in Ordnung, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Ah, hier oben ist noch ein Vorkommen. Ah, okay. Das könnte sich natürlich lohnen, wenn du... Ja, aber selbst bei einem Riesending, ich weiß es nicht. Also, ich werde aber auf jeden Fall die Bohranlage hier wieder öffnen. So, ich hoffe, die Jungs können mir jetzt noch mal ein bisschen was zeigen. Vor allem hier ist doch... Liebe Maulwürfel, zeig mir noch mal den einen oder anderen Schatz. Also, es war ganz cool. Für eine kurze Zeit hatten wir einen echt geilen Preis. Oh, du hast hier doch noch was. Ah ja, hier. Hier ist noch was. Ist aber auch eher klein. Ah ja, hier ist auch noch... Oh, was war das? Ja! Ah, ein Goldnugget. Schade. Das wäre natürlich geil gewesen. Oh, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Naja, wir schaffen das gar nicht, alles abzu... Oh. Dann lass uns wirklich mal ein bisschen beeilen. Dass wir hier mal alles schnell upgraden. Damit hier nochmal alles durchläuft. Weil wir sind im letzten Monat. Ich hätte eigentlich schon ganz gern... Ja, jetzt ist auch alles leer. Level anhalten. Kriegen wir trotzdem noch einen Bonus? Ich glaube... Ja, zwei. Nice. Ja, das Problem ist, die anderen verdienen aktuell auch ganz gut. Ich werde jetzt direkt hier mal hingehen. 89 ist gekauft. Ja, höher oder... Ja, niedriger. Ich spiele mit dir. Niedriger. Niedriger. Ja, höher. Boom! Gib mir die 4000. Dankeschön. Ja, der Gold... Okay, jetzt haben wir zwei von dem Gold. Aber das bringt auch noch nichts. Wir machen jetzt erstmal Aktien-Auktion. 7000. Ja, mache ich direkt 8000. Kommt. Leute, verschwendet nicht meine Zeit. Zum Ersten. Na? Ach, Blanche. Ich bitte euch. Ich bin hier der Aktienkönig. Der Aktienboss. Sag mal. Was willst du denn jetzt hier? 18.000? Wirklich? Bedauerlich. Na und? Ja, Leute. Ihr habt noch gar keine Aktien. Ihr Losers. So. Oh, hier oben war dickfett. Ich würde sagen, dass wir hier... Hier bleibe ich. Ich glaube, da wird auch noch gut was sein. Perfekt. Dann lasst uns mal gucken. Da können wir den Zähler. Ist egal. Hier haben wir alles gekauft. Super Silo. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich könnte tatsächlich hier mal die Ölumwandlungsgeschwindigkeit... Die werde ich, glaube ich, mal reinschallern. Oh, damit haben wir jetzt aber echt gut Kohle auf den Kopf gehauen. Aber egal. Weißt du, man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Na, hat noch einer. Ja, warte mal dann. Ne, ich gucke lieber hier. Ja, da haben wir doch direkt was. Zack. Die Pferdchen dürfen direkt schön verkaufen. Oh, nee. Geh mal lieber nach links. Oh, ja. Da geht der Preis gerade richtig schön hoch. Uh. Warum ist der Preis gerade so barbarisch? Junge, was ist da los? Ah, ja. Hier haben wir auch... Da werde ich, glaube ich, den hier so zwischenstellen. Und den werden wir hoffentlich auch aufdecken. Ja. Hier oben. Ich könnte ja mal probieren, so ein richtig krasses Gasfeld zu... Also, so eins zu erstellen. Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ah, ja. Du hast hier tiefer noch was. Ah, direkt da drunter. Ah, komm. Oh, jawollo. Das ist doch... Das schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall mal so ganz lecker. So, ganz links. Das schätze ich... Oh, ja. Da ist was Tiefes. Jetzt wäre es geil. Wir könnten mal gucken, ob wir hier irgendwo mal einen mit Lager... Lava finden. Also, hier wäre das gerade extremst geil, wenn hier irgendwo Lava ist. Weil dann würde ich das... Oh, bitte mal nach links hier alle. Dann würde ich das sowas von umwandeln. Oh, hier ist auch was Dickes. Sag mal, hier muss doch jetzt mal Lava sein. Oh, ja. Da ist sogar Lava. Aber hier links... Ach, das wäre halt krass. Aber egal. So, warte mal. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Ich werde jetzt schön hier in die Lava rein damit. So, dann oben dicht machen. So, da werde ich jetzt ein richtig fettes Lava-Feld erstellen. Äh, ein richtig krasses Gasfeld. So, hier sind die Preise eh gerade geiler. So, passiert das denn? Ich mache zwei. Zack. So, ich bin so gespannt, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. So, hier gehe ich auch mal schön nach unten. Hier machen wir auch einen direkten runter. Weil wir müssen ja gleich die Kohle... Das müssen wir ja schon gut ausnutzen gleich. Weil gleich muss es scheppern. Okay, so, warte mal. Jetzt die beiden. Dann gehe ich hier hoch. Dann mache ich hier schließen. Öffnen. Öffnen. Und jetzt wird da drüben verkauft. Komm, das muss jetzt... Das muss ballern. Hier nochmal beide schnell ausbauen. Aber es sieht nicht so aus, als hätten wir noch irgendwelche Ölreserven. Ach komm, die Preise müssen jetzt... Drei! Junge, das muss Cash geben. Jetzt bringt den Stoff da rein. Ja, ich weiß... Ja, doch. Oh, das geht schon gut hoch. Das geht schon ganz geil. Wir haben auch nichts mehr, was wir zu Geld machen können. Also das ist das... Oh, hier links ist das letzte. Drei, zwei, zwei, mehr geht nicht. Jetzt geht der Cash, das Cash auch schon runter. Aber, ja, ist ganz in Ordnung gewesen. Level anhalten. Wunderbar, 35.000. Was war das für ein Feld? Oh ja. Das war gut. Keil, ja, mache ich für einen Dollar. Äh, ja, das ist... Ja, okay, höher. Jawohl. Niedriger. Bam, höher. Jawohl! Noch nie so einfach Geld verdient. Aktienauktion, komm. Auktion beginnen. Ich biete fünf. Hat noch jemand... Bietet jemand mehr? Er wahrscheinlich wieder. Er geht mir die ganze Zeit schon auf den Keks. Ah! Wow, okay. Sie geht direkt auf zehn. Sie will es richtig wissen. Ja, vierze. Ich bin dabei. Jawohl! Boom! Vor allen Dingen, jetzt haben wir es schon. 50 Prozent. Aber du gut, Leute. Das war es. Mühle der kleinen Folge von Tormoil. Wir haben erfolgreich Öl in Gas umgewandelt. Das war eigentlich ganz geil. Falls es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Like da. Es könnte sein, dass wir in der nächsten Folge schon Bürgermeister werden. Da freue ich mich drauf. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos, schaut gerne vorbei. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao!